Ja da sind wir wieder zurück gehen wir mal weiter A chaos indifferent to beauty or sentiment giving no quarter to our petty concerns Amidst this endless ruthless drama a smaller scene unfolds Whether it is of consequence depends purely on the scale of one's perspective Two individuals scale the scree for the exposed plateau above I still don't understand why you are here Yesterday you said no but today you are here The world has not changed in the meantime Is it possible that this short ration of time has been enough to change you? Does the reason really matter? People change Wilt all the time they change Maybe not a lot maybe not enough but slowly like these rocks and cliffs they change They themselves don't always notice it but it's happening All the time The wind redoubles its efforts to erase them from the blackened rocks and still they clamber Upward slowly Na dann wir gehen weiter hier hoch Und da oben sind da auch schon Wege The curtains of swirling fog part to reveal the daunting outline of a man-made structure The walls have been chiseled from the jagged ridges of rock The glimmer of a candlelit monastery is dwarfed by an extension behind it I guess that's it Bet Arkady The smaller monastery is hundreds of years old Ignat said that Rendain acquired it a few years back and then added the rampart extension shortly after Looks like it's under heavy guard They aren't taking chances with all of their senior people in one place Ignat said they were here for some sort of leadership ritual This may be our chance to strike at those who really hold the power in Rendain Wilton Sisko continue their approach towards the somber stone walls of the monastery Na ja wenn da wachen sind würde ich sagen machen wir schnell unsere Taschenlampe aus Sisko noch mit vor So Gehen wir mal da hoch Hm Du versteckst dich jetzt mal hier Ach du meine Güte das macht sie denn Okay Hat das nicht mehr gefunden jetzt habe ich schon gedacht was geht denn jetzt ab Aber wegen der Tür jetzt war ich ein bisschen verwirrt gewesen Da wechseln wir mal ganz was Wild kommt mir hier in die Wand dran Und Sisko hier dran Dann holen wir uns den Typen mal Dann holen wir uns den Typen mal Dann holen wir uns den Typen mal Und schnell weg hier Wenn der da jetzt kommt Wenn der da jetzt kommt Ah interessant Okay das muss ich jetzt gerade aufmachen So Wir könnten ihn uns ja jetzt gleich holen Hinterher los Wild Sehr gut Sehr gut So wollte ich das Gut Ist das gar Komm du mal her mach du mal hier die Tür auf Guck was es da oben gibt Guck was es da oben gibt Hm nix okay Gut Also Quark Quark hier lang zu gehen So 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 Das ist schön, wenn die das so in den Stein reinbauen. Ich finde, das sieht immer ganz gut aus. Da kommt doch schon eine Taschenlampe, oder? Was ist das? Klar, was auch sonst. Das ist verschlossen. Dann verstecken wir uns mal hier. Du kommst jetzt mal mit hier hoch. Wir machen es schon mal auf. So, wo läuft der lang? Die ganze Zeit da hin und her? Dann könnten wir mal schnell jetzt hier hoch gehen. So. So will ich schnell hinterher. Das kriegt schon keiner mit. Sehr gut. Na, na, na. Du wirst doch wohl nicht etwa... Ah, Mist. Schütte. 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 Ich hätte gedacht, es klappt. Na ja. Okay, dann... Macht mir die Lampen aus. Wir müssen nicht quitt. Schütte. Dann holen wir uns den einen wieder. Dann holen wir uns den anderen wieder. Dann klicken wir hier hin. So, kurz warten, kurz warten. Und los. Und los. Ich bin mal gespannt, ob ihr das hört. Jetzt hier unten. Okay, das hat er gar nicht gehört. Umso besser für uns. Eigentlich müssen wir den ja gar nicht holen. Brauchen wir ja gar nicht. So. Das hat man schon gehabt. Na dann, Cisca, hoch mit dir. Nein, ich weiß jetzt gar nicht, wo genau der war. Sie haben anger das, ich stellte ja auch sicher. Imag lasst du U.S. na komm gehen wir auch hier lang ist glaube ich die einfachere methode dann fangen wir einfach mit dem fahrstuhl hoch wenn der typ nicht guckt sind die einfachste sache überhaupt jetzt gerade schlangen sie uns dann nicht noch sagen ja ihr müsst jetzt erst hier dann dahinten so ich sehe es gerade gar nicht so ach du heiliger strohsack da müsst ihr uns doch jetzt sehen nicht gut so wir müssen da hoch ich kann sich ja nirgends wo verstecken schade schnell zurück mit los lauf ich kann sich ja nirgends wo verstecken schade schnell zurück mit los lauf hmm hmm ich liebe diese fehler ja das sind die besten oh mein gott bitte lass den hochkommen bitte lass den hochkommen hier zu mir naja das ist mir zu unsicher weil ich ja meistens mal nicht weiß wenn der sich umdreht deswegen gehe ich da jetzt nicht runter das läuft ja wieder perfekt okay dann hoch mit euch beiden wir können mal gucken ob Siska noch irgendetwas findet hier die Taschenlampe an sich ist ja wirklich gut um da die Münzen zu finden aber äh wenn man jetzt hier ganz halt hier rumschleichen muss ist das gar nicht so vorteilhaft deswegen benutze ich sie eigentlich auch kaum finde auch deshalb nicht die ganzen Münzen aber das ist ja auch nicht mein Ziel so da kommt mal her Siska hmm hm 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 ich kann mir auch runter gehen würde ich kurz sagen es ist super hm 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 Ich bin mal gespannt, wie gut Wild wirklich ist, auch wenn wir ihn spielen. So, da haben wir schon die ersten Geschütze. Da kommt auch schon eine Wache raus, rechts in dem Turm, nein die kommen gar nicht raus. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich habe gedacht, komm, das kannst du jetzt mal versuchen oder? Das wäre glaube ich so ein Trick gewesen damals, den man öfters machen machen musste, aber ich habe ja lieber die Bugs benutzt. Ah, der hängt ja schon da fest. Naja, umso besser für uns. Oh Wild, schnell, 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 schnell. Da hat er uns gesehen oder? Ah, er hat uns gesehen, ja. Ich habe auch ein bisschen zu früh gedrückt, ich hätte vielleicht ein bisschen warten müssen. Äh, naja. Gut. Kann man das ja nicht ändern. Nochmal das Ganze. War mein Glück noch nicht ganz so weit. Na dann los, will Taschenlampe kurz rauskommen. Wuiiii. Ein bisschen hier rumschimmern. Naja. Sehr gut, so muss das sein. Ich hoffe, das klappt jetzt auch so, wie ich das machen will. Na ja, guck, der ist hier noch ein bisschen rum. Und da warte ich jetzt hier, bis der einfach kommt und haue ihn dann um. Aber schießen könnte er mich ja nicht. Hm, da kommt schon der Nächste. Okay, er macht nix. Na dann gehen wir mal hin. Hier war ja noch was gewesen. Da. Ja. 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 Ja, ja. Ja, wir schleichen uns langsam an. Kommt jetzt zu uns? Nein, dachte ich schon. Hm, okay, da läuft alles jetzt bis da runter. Ah, guck mal, hier wäre auch noch so eine Luke. Ich glaube, ich warte ein bisschen weiter weg. Ich habe keine Lust auf Bugs, die nicht so schön sind für mich. Deswegen lassen wir ihn sobald er hochgeht, laufen wir dem hinterher, würde ich sagen. Die Tür ist ja eigentlich zu. Ah, die Tür ist nicht zu. Ich dachte, die wäre zu. Die war sogar zu. Ja, das meine ich. An solche Bugs habe ich keine Lust. Naja.